Ja, der Keller hat geschmissen. Kein Liesel. Das ist ein Sneaker, ich sehe ihn in seiner Aura nicht. Sadako. Ich höre das Geschliere. Ja. Das dritte Siegel. Das ist ein Schlangerkiller. Das ist geil, der Fernseher hat ja nie meinen Genesis auf der anderen Seite gekauft. Wir müssen unbedingt das Totum finden. Jagd, geht es noch vor dir? Ich habe es. Ja. Mach mal weg. Auf jeden Fall soll ich eindeutigen ins Totum. Geht nicht. Ich weiß. Mach mal weg. Zum Weg in der Schicht. Ja, genau. Ja, ich weiß, wo ein Face ungefähr ist über mir. Wow, warum bist du bei mir? Nicht mehr an mir. Ja, ich habe es gemerkt. Juhi. Dann gehen wir mal durch den Toten. Ich gehe da hinten. Da kann ich mich ja noch verteilen. Ach, ne. Das ist die Safe-Pattie. Die lasse ich stehen, oh Gott. Fröhung. Da ist die Intermap. Die hat ja nun wirklich kein Shelf-Potential. Das dritte Siegel ist auf jeden Fall weg. Sehr gut. Und die habe ich verloren. Ja, die habe ich eben auch mit ganz einfachem Muss verloren. Ganz komisch. Und jetzt wollte sie in den Schrank gucken. Ja, Pech gehabt, ne. Ich habe meinen Jens wieder gefunden. Nö. Die ist weg. Wie ist das schon wieder bei mir? Überladen. Ich glaube, es hat auch Brian angerufen, bin mir nicht sicher. Das hat mich verloren. Ich könnte auch einen Tüftler haben, vielleicht zu trinken. Nein. So weit war mein Jens noch nicht. War meiner aber. Eruption. Eruption. Ich habe eigentlich mal einen Jens gefunden. Ich würde meinen gerne weitermachen, aber da jetzt die ganze Zeit dumm rumsitzen, bringt auch nichts. Also laufe ich weiter. Dann suchen wir was anderes in der Zeit. Ein Keller. Ja, geil. Kommt bei mir aus dem Schrank. Aus dem Schrank? Aus dem Fernseher. Und die ist undetectable? Ich versuche mal zum Keller zu kommen. Ich habe aus Versehen mal Jens knallen lassen. Sag Bescheid, wenn sie von dir ablässtern. Oh, jetzt waren wir beide verwirrt, ok. Scheiße, hier ist die Palette weg, ich muss die Safe Palace nehmen. Lauf! Lauf! Sie ist jetzt an der Fang dran. Wieder? Nein, nein, blöd bin ich nicht mehr. Aber hier ist ein Jail, der fertig ist. Alles gut. Jetzt kommen wir durch eine Palette, das ist so nett von meinem Bild geworden. Sie geht zu jemandem, der links hinter mir sitzt. Oh mein Gott! Viel Spaß! Was war das denn jetzt eben? Bing, bing, bing! Das nennt man effizientes Ginplay. Okay, Achtung, Vorsicht! Nee, Bobby! Ich hab da los gelassen! Oh shit! Ich bin verwirrt. Ja, wir hängen nebeneinander, Tor auf und raus. Geradeaus kommst du zur Fang, die steht auch hier zwischen uns. Wenn die Fängen mich mit heilt, dann können wir es gleich nochmal probieren. Nee, die ist runter. Achso. Die holt mich. Nein, ich bin nicht mehr. Bei dir? Nee. Nein. Hier ist sie bei mir. Egal, lauf. Ja, dann. Ich suche mir eine schöne Palette, wo natürlich hier keine in der Nähe ist. Sie versuchte, den Weg abzuschneiden, Barbie. Nee, die nimmt mich getötet. Nee, die will mich jetzt. Sie ist bei mir. Ich habe sie weggebrotet. Jetzt hebt sie auf. Na gut, das. Könnt ihr es schaffen, wenn ihr euch gut koordiniert. Jetzt musst du wissen, wo die Treppe ist. Da ist die Treppe. Da ist eine Treppe. Warte. Hello. Hallo. Hi. Hallo. Wie hier? Ich? Ich. Ich auch nicht. Was? Warum ist einfach der Dings abgebrochen? WTF? Ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung. Oh, fängt das Ritten. Das bringt nichts. Was? 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 Nein. 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 Es hing ja schon mal jemand, als die Tore offen waren. Sie ist immer noch hier unten bei mir. Ja, das schaffe ich nicht mehr jetzt. Hallo. Knappe Minute. Ja. Das Problem ist, es wird wieder ein Trade. Das geht. Die Fang ist hier. Die Fang ist hier. Die Fang ist hier. Wenn sie smart ist, macht sie sich dann wieder hier durchlässig und geht dann einfach ab. Oh mein Gott. Ich freue mich. Ja, jetzt geht es wieder der Fang nach. Wenn die Fang einfach hier zu der Treppe gelaufen wäre, dann hätte ich den BT hier nehmen können. Egal. Oder so. Oh. Sie hat E gedrückt. Outplay. Oh shit. Oh shit. Gott war ich eben erschrocken. Eine neue Nurse war gerade geboren. Ei, 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 ei. Der Herr schmeißt den Survivor nicht immer nur den Runden weg. Sieht gar nichts. sparwass mich. Das war sehr. community- 모ал!!!!!!!! Wenn das ist, direkt dran ist, dann aussen sie und bleiben. Ich kann es sein. Ich warte dir. Verworte. Ir und nein. Let's gehen nun zurront. für Jelanne.